Guten Abend miteinander! Heute haben wir wieder mal einen Studiagast bei uns, nämlich einen von den Gold-Metzgermeistern. Herr Schneeberger, man sagt ja, je frisches Fleisch, desto besser Qualität. Ist das richtig? Beim Schweinigen bin ich einverstanden, aber beim Rindfleisch ist eine gute Lagerung besonders wichtig. Wir sehen hier verschiedene Stücke des Rinds. Ist das Lager bei allen gleich? Besonders gefragt sind die Stücke des Hinterviertels. Das ist eine gute Lagerung besonders wichtig, um einen saftigen Rind zu braten oder ein zartes Steak zu bekommen. Haben Sie für unsere Zuschauer noch einen speziellen Tipp? Wichtig ist, dass Sie das Fleisch in heissem Fett gut anbraten, damit sich die Poren sofort schliessen. Brotnige Fleischstücke sollten Sie beim Kehren nur ganz leicht am Rand anstechen. Dann bleibt dieser wertvolle Saft im Fleisch drin und macht das Fleisch besonders zart. Danke schön, Herr Schneeberger. Sie sehen, beim Gold-Metzger sind Sie gut beraten. Und Gold-Metzgereien sind ja bekannt für Ihr reichhaltiges Angebot. Jeden Tag können Sie bei Gold von besonders günstigen Fleisch- und Schargüttereiangeboten profitieren. Aber jetzt Achtung! Für den 10'000 Franken-Wettbewerb schreiben Sie wie immer eine Postkarte an COOP mit Wostudio, Postfach 4091 Basel. Die Aufgabe ist einfacher, notieren Sie drei von den COOP-Aktionen, die jetzt gerade kommen. Auf Wiedersehen! Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.